In Deutschland findet jedes Jahr die größte Messe für die Computer- und Videospieleindustrie der Welt statt. Die Gamescom lockt dieses Jahr 350.000 Besucher nach Köln. E-Sports ist hier eines der Hauptthemen. Denn in Deutschland entwickelt sich E-Sports immer mehr zu einer Zuschauersportart. Bereits jetzt liegt das E-Sports-Interesse auf gleichem Niveau mit etablierten Sportarten wie Radsport und Volleyball. Und auch Profi-Clubs aus dem traditionellen Sport setzen immer mehr auf E-Sports, wo sie von ihrem bereits vorhandenen hohen Bekanntheitsgrad profitieren. So ist eines der bekanntesten E-Sports-Teams der VfL Wolfsburg. Unter dem Motto Fußball ist alles engagiert sich der VfL Wolfsburg als erster Fußball-Bundesligist seit Mai 2015 auch im Bereich des elektronischen Sports. Drei Profi-FIFA-Spieler haben die Wölfe bereits unter Vertrag. Benedikt Salzor-Salzer, David Dave by the way und Timox Sieb sind die jungen Talente der Szene. Aber was macht einen E-Sportler wie Benedikt Salzor aus? Was sind seine Ziele und was unterscheidet ihn von anderen Sportlern? Wir haben Benni in seiner Heimatstadt besucht und ihn bei einem seiner wichtigsten Turniere in diesem Jahr nach London begleitet. Es ist ja jetzt hier zum allerersten Mal der FIFA-Event des Club World Cup, bei dem jeder FIFA-Spieler einen Fußballverein repräsentiert. Für mich natürlich eine riesige, riesige Ehre, hier ein Teil davon sein zu dürfen. Und ich will natürlich die letzte Chance wahrnehmen, mich für den FWC zu qualifizieren. Am späten Abend ist Benni angereist. Morgens geht es gleich früh an den Veranstaltungsort im Zentrum Londons. Der 25-jährige Benni ist zuversichtlich, bei diesem FIFA-Event richtig gut abzuschneiden. Vorbereitung ist alles. Ich fühle mich richtig gut vorbereitet. Ich habe eine neue Taktik überlegt, mit der ich jetzt wahrscheinlich auch hier spielen werde. Könnt ihr euch einfach mal überraschen lassen. Und meine Gegner sind an sich, ja, ich würde sagen, eine sehr ausgeglichene Gruppe. Generell alle Gruppen sind relativ ausgeglichen. Und ja, wie heißt der schöne Spruch, wenn man gewinnen will, muss man alle schlagen. Ich gucke einfach mal positiv nach vorne und freue mich auf die Spiele. In einem der größten TV-Studios in London wird die Europäische Clubmeisterschaft ausgespielt. Hier sind die großen Namen der europäischen Fußball-Elite alle vertreten. Manchester City hat schon seit Sommer 2016 ihren ersten E-Sportler unter Vertrag. Der holländische Fußballklub Heracles ist der erste Profi-Verein, der eine Nachwuchsakademie für FIFA-Spieler gegründet hat. Der französische Klub Olympique Lyon ist nach Paris Saint-Germain und dem AS Monaco der dritte Profiklub in Frankreich, der E-Sports betreibt. Auch der FC Schalke 04 ist in London dabei und hofft mit S04 Tim Latka, Schwartmann und Lukas S04 Ideals Schmand auf den Sieg. Doch für Benedikts Manager Denis hat der E-Sports mit dem Spiel EA FIFA noch sehr großes Potenzial. Also andere E-Sports sind schon sehr weit. Das kann man schon fast mit normalem Fußball, Sachen wie normalem Fußball oder Volleyball oder was auch immer vergleichen. Aber es gibt halt in FIFA noch, die sind jetzt gerade am Aufholen, durch das einsteigende Verein und Sponsoren und sowas, sind die jetzt erst so richtig am Kommen. Und die sind aber halt noch nicht so weit, wie sich das manche vorstellen. Also das ist schon eine Entwicklung, die man sehen kann, aber es ist halt nicht so, dass ich sage, okay, Counter-Strike, FIFA, ich würde keinen Unterschied erkennen. Also da gibt es noch sehr viel zum Aufholen, aber durch so Engagements wie dem Verein und der FIFA ist es schon sehr schnell gewachsen, hat von einem Jahr. Die Softwarefirma EA Sports und die FIFA wollen für ihre Sponsoren und die Vereine ein perfektes Setup umsetzen. Zuschauer gibt es zwar nicht Zehntausende wie bei den League of Legends Worlds, Counter-Strike oder Dota 2 Events, aber dafür ist die Produktion und Inszenierung professionell und auf den Punkt. Im Spiel 1 der Gruppenphase muss der Wolfsburger Salzer gegen PSG Eindhofens Romal Abdi spielen. Es läuft für den VfLer nicht so, wie er es sich erhofft hätte. Das erste Gruppenspiel ist halt immer sehr, sehr wichtig. Ich wollte deswegen auf keinen Fall verlieren, ist mir gelungen. Ich habe eine etwas defensivere Aufstellung auch die letzten Wochen ausprobiert online. Hat soweit ganz gut geklappt, hier hat es auch gut geklappt. Ich glaube, der Gegner hatte in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss. Ich hatte leider auch nur zwei, von denen der eine eventuell hätte sogar reingehen können, aber so ist halt FIFA, geht nicht unbedingt immer rein. Jetzt im Nachhinein bin ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich das erste Spiel halt sehr gerne jetzt auch gewonnen hätte, weil ich halt auch gemerkt hatte, dass definitiv mehr drin gewesen ist. Aber das 0-0 nehme ich mit, das Unschied nehme ich mit und jetzt gucke ich halt weiter, wie die nächsten Spiele laufen. Benni muss jetzt wichtige Punkte in der Gruppenphase sammeln. Benedikts Defensivstrategie geht zunächst sehr gut auf. Er geht in Führung. Doch dann... So lächerlich, das ist schlecht. Er kassiert zwei Gegentore gegen David, David SP, Soriano Perujo, der 26-jährige Star des FC Valencia, dreifacher spanischer Meister. Dieser E-Sportler spielt seit FIFA 98 und bringt sehr viel Erfahrung mit auf dem digitalen Spielfeld. Wieder geht die Partie unentschieden aus. Es ist natürlich nervig, gerade das erste Spiel, Unschieden, okay, das war okay. Wir haben uns egalisiert, aber das zweite Spiel, danach habe ich mich, beziehungsweise danach war ich wirklich ein bisschen verzweifelt, weil es klar der bessere Spieler war und der Gegner macht zwei Longshots kurz vor Schluss und dann nochmal ein Ausgleich. So ist halt leider oftmals FIFA und sowas kann halt dann hier über die Qualifikation entscheiden. Das nächste Spiel entscheidet, ob Benedikt für seinen Verein VfL Wolfsburg in London die Gruppenphase übersteht. Die FIFA E-Sportler stehen unter großem mentalem Druck. Sie müssen ihre Leistungen auf den Punkt und über den Turnierverlauf durchgängig abrufen können. Benedikt Salzer versucht diese Stärke nicht nur mit seinen Trainingseinheiten am Computer zu professionalisieren. Er ist zudem Stürmer in seinem Heimatverein FC 07 Benzheim. Der reale Fußball ist für Benni mehr als nur ein Ausgleich für seine E-Sports-Karriere. Die physische Fitness ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade um über langen Zeitraum wirklich konzentriert spielen zu können am Computer, ist mir hier der Sport ein sehr, sehr guter Ausgleich und auch ein Stück weit sehr, sehr gutes Training. Je fitter man ist, desto länger kann man die Konzentration oben halten, desto geregelter ist sein ganzer Körper meiner Meinung nach. Weil wenn ich eine Zeit lang mal gar keinen Sport mache, fällt es mir schon auf, dass ich mich schlapp und müde fühle, wenn ich nur im Prinzip vor dem Computer sitze. Und da ist gerade der Ausgleich hier in Form des Fußballs natürlich eine perfekte Option. Und ich könnte mir auch wirklich ein Leben nicht ohne aktiven Sport vorstellen. Ich studiere ja auch Sport, mache dementsprechend auch sehr, sehr viele andere Sportarten. Aber Fußball ist für mich mein Ein und Alles und deswegen spiele ich wahrscheinlich auch FIFA. Das Training auf dem Fußballplatz zwei- bis dreimal die Woche zu absolvieren, die Spiele in der Verbandsliga und das professionelle Zocken an der Konsole miteinander zu verbinden, ist eine große Herausforderung für den Studenten. Es war am Anfang echt nicht ganz so leicht. Also man braucht wirklich ein sehr gutes Zeitmanagement. Und als das mit FIFA zwar immer größer wurde, aber mein Verein noch nicht so wirklich davon wusste, waren sie teilweise schon ein Stück weit verdutzt, als ich dann gesagt habe, ja hier am Wochenende beim Spiel bin ich nicht da. Ja, wieso? Ja, ich muss Computer spielen. Und da mussten die meisten natürlich erstmal runterschlucken und gesagt haben, hey, was ist da wirklich los? Aber als ich das dann ihnen alles erklärt habe, konnten sie das natürlich voll und ganz nachvollziehen und unterstützen mich dabei auch. Das ist wahrscheinlich einer der wenigen Clubs, die einen Spieler wie mich so unterstützen, auch immer sagen, hier, wenn da irgendein Turnier ist, also kein Problem. Wir freuen uns, wenn du wieder da bist und wünschen dir ganz, ganz viel Glück. Als Stürmer in seiner Mannschaft muss er für die Tore sorgen, sich aber auch als Teamplayer beweisen. Sammelt er hier auf dem Fußballplatz die Erfahrungen, die ihn im digitalen Spiel so erfolgreich machen? Der 25-Jährige ist immerhin mehrfacher deutscher Meister in der Fußballsimulation FIFA. Ich steuere im Prinzip ja nur den Spieler, den ich gerade steuere, der am Ball führend ist. Und dann eventuell die Spieler, die drumherum sind, kann ich steil schicken oder irgendwelche Angeisungen geben. Aber die Stürmer so an sich zu sagen, hier, wenn ich jetzt Flanke gehe auf den langen Pfosten, um zu spekulieren, ob der Ball eventuell dahin kommt, das kann ich leider nicht machen. Das habe ich hier ein bisschen mehr Möglichkeiten auf dem echten Fußballfeld. Aber generell kann man schon sehr, sehr viele Elemente vom echten Fußball ins FIFA einbauen. Und da glaube ich, kann ich gerade taktisch gesehen sehr von profitieren. Kann Benedikt diese Fähigkeiten bei der Klubmeisterschaft in London auch zu seinem Vorteil einsetzen und den Sieg holen? Er könnte hier 10.000 Euro gewinnen und FIFA Europa Klubmeister werden. Kann Benni sich noch durchsetzen? Benedikt Salzer ist einer der E-Sports-Spieler des Vereins VfL Wolfsburg. Der mehrfache deutsche Meister im Game FIFA spielt zudem semiprofessionell in seinem Heimatverein FC 07 Bensheim auf dem realen Fußballplatz. Sein 57-jähriger Trainer Ludwig Brenner versucht, seine Mannschaft in der Verbandsliga an die Spitze zu bringen und hat eine klare Meinung zu E-Sports. Ja, dass das miteinander, dass das zusammenspielt, dass es da eine gewisse, dass es da Verbindung gibt zwischen dem Fußball hier auf dem Platz und zwischen dem Spiel. Es sind natürlich jetzt keine physischen oder technischen Aspekte, aber kognitive Aspekte, motivationale Aspekte, also von der Psyche her, glaube ich schon, dass ihnen vielleicht auch die Spiele da helfen, weiterzukommen. Ich kann nicht beurteilen, wie es umgekehrt ist. Das kann ich nicht sagen, ob das Spiel hier, weil es ist, das ist wieder was ganz anderes auf dem Platz dann. Aber die kognitiven Aspekte, glaube ich schon, dass sie da auch eine wesentliche Rolle spielen können. Ich kann es auch nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe so etwas noch nie gespielt. Aber natürlich, was wir hier auf dem Platz machen, ist natürlich was ganz anderes. Das ist klar. Erstens mal hat man den direkten Körperkontakt. Das ist ein Kontaktspiel. Es ist ein Laufspiel. Die Physis, das kommt ja alles nicht zum Tragen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Aspekte, die da auch zum Tragen kommen. Und ich weiß nicht, warum man das, was der Benni macht, nicht auch als Sport bezeichnen soll. Wenn man Schach als Sport bezeichnet oder Pokern mittlerweile, glaube ich, ein Sport ist, dann ist mit Sicherheit das, was der Benni da macht, auch ein Sport. Und dass sich dann natürlich auch Profivereine dafür interessieren und das versuchen zu fördern und weiterzubringen, denke ich, ist eine ganz normale Sache. Benedikt Salzer versucht, seine Leistungen im E-Sports auch durch sein Training im realen Fußball zu verbessern. In Wettkampfsituationen haben die E-Sportler einen sehr hohen Puls. Teilweise liegt die Herzfrequenz zwischen 160 und 180 Schlägen pro Minute. Das entspricht einem sehr, sehr schnellen Lauf, fast einem Marathonlauf. Das Training hilft ihm, auch im E-Sports besser zu werden. Für die Benzheimer ist der FIFA-Spieler auf jeden Fall ein kleiner Star und ein Vorbild. Das hat er für eine kleine Legende. Ja gut, schon vor 4 Jahren habe ich mit ihm zusammen gespielt. Hier bei 07 in Benzheim. Und da kennt man den halt hier. In Benzheim ist er eh auch eine kleine Legende. Ich habe dann auch mal gesehen, guck mal da, du bist ja am Fenster. Damals bei TV-Detail bzw. ich habe auch schon Werbung gesehen. Da habe ich gesagt, ach guck mal, den kennst du doch. Wir hatten ja nichts gesagt. Und ja, da kam es so raus, ey, ist eigentlich nicht so der Typ, das so in die große Glocke zu hängen eigentlich. Benni kickt wirklich gut. Doch für eine Profikarriere auf dem realen Fußballplatz hat es nicht gereicht. Das habe ich damals beim Fußball nicht so hinbekommen. Und auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass ich schon immer gezockt habe nebenbei. Und ich halt irgendwie immer gemerkt habe von Jahr zu Jahr, hey, das wird immer größer. Das ist eine eigene Sache. Ich bin da richtig, richtig gut drin. Ich kann da vielleicht irgendwann mal Deutscher Meister drin werden. Und als ich halt dann auch schon damals mit dem Team 2009 Deutscher Meister wurde, hat es mir halt noch ein Stück weit mehr die Augen geöffnet. Und ich wusste halt dann, da ist vielleicht doch mehr möglich. Dass es sich dann so weit entwickelt, dass ich irgendwann mal für den VfW Wolfsburg spiele. Hätte ich damals natürlich nie gedacht, aber ich habe halt schon immer so ein bisschen das Potenzial darin entdeckt. Und jetzt merke ich, dass es der richtige Weg war, Fußball zu spielen. Natürlich leidenschaftlich, aber nie im professionellen Bereich. Aber FIFA ist der richtige Schritt und ich freue mich einfach, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Der 25-Jährige bekommt auch große Unterstützung von seiner Familie. Sein Schwager, der IT-Consultant Marco, spielt gern mal gegen Benedikt an der Konsole. Und die beiden tauschen sich über Bennys internationalen Turnierplan aus. Der 33-Jährige hat schon seine eigenen Erfahrungen mit dem Thema E-Sports gesammelt. Ja, ich verfolge das sehr genau, weil als ich so alt war wie der Benedikt und noch jünger, habe ich auch professionell mehr oder weniger gespielt. Und da bin ich echt dankbar für die Bundesliga-Vereine, wenn die da den E-Sport in Deutschland voranbringen. Meine Spiele waren eher die Ego-Shooter. Die haben halt leider nie so die mediale Aufmerksamkeit und auch nicht die der Sponsoren erregt. Von daher bin ich da jetzt ziemlich gespannt, wie sich das noch entwickelt in Deutschland. Marco weiß, dass er keine Chance gegen seinen Schwager hat. Er hat aber auch großen Respekt vor Benni, denn konstant diese Leistung im E-Sports zu bringen, ist wirklich nicht leicht. Er hat halt so eine Erfahrung und vor allem, wo ich ihn am meisten drum beneide, was viele nicht wissen, was vielleicht sehr wichtig ist, ist halt auch seine Ruhe in Turnieren. Daheim auf der Couch oder im Sessel können viele gut sein. Aber in Turnieren dann vor Ort mit Publikum unter Live und im ganzen Druck, da kann er auch immer ruhig abliefern. Von daher glaube ich, dass er da noch einiges erreichen kann. Zurück in London. Hier spielt Benedikt Salzer für seinen Verein VfL Wolfsburg gegen die europäische Elite im Game FIFA. Der 25-jährige E-Sportler hat zwei Spiele in der Gruppenphase unentschieden gespielt und muss jetzt unbedingt gegen den nächsten Gegner gewinnen. Mattia Lonewolf92 Guaracchino ist ein italienischer Top-Spieler, der seit 2008 schon sechsmal italienischer Meister geworden ist. Dieses Spiel gewinnt Benni. Drittes Spiel, souverän gewonnen, kein Gegentor bekommen, habe ein bisschen umgestellt, ein bisschen offensiver gespielt. Ich denke, in den nächsten beiden Spielen werde ich ähnlich spielen und habe es im Prinzip ja noch in der eigenen Hand. Wenn ich jetzt gewinne, bin ich ja glaube ich sogar vor dem Zweiten, also habe ich sogar noch die Chance weiterzukommen. Insofern, auf geht's. Benedikt ist mit einer sehr defensiven Taktik ins Turnier gestartet. Diese Taktik musste er umstellen und nun versucht er alles, um das dritte Spiel gegen den Norweger Expect Sporting zu gewinnen. Es sieht aber nicht gut aus. Man versucht halt dann irgendwie ein Stück weit auf Situationen zu spielen, die zu tausendprozentig ein Tor geben müssen. Also wenn man dann irgendwie vom Tor nochmal quer rüberlegt. Das Problem ist halt, dass wenn man gegen Pro-Gamer spielt, sehr schwer in diese tausendprozentigen Chancen reinkommt. Weil man halt vorher irgendwie den Ball schon abgenommen bekommt, beziehungsweise der Gegner halt so gut steht. Man versucht halt wirklich aus diesen paar Situationen, die Tore ergeben können, auf diese Situation halt zu spielen, weil man nicht wirklich viele Chancen im Spiel hat halt meistens. Und wenn diese halt dann nicht reingehen in der einen oder anderen Situation und du im Umkehrschluss halt meistens diese Gegentore bekommst, ist es halt sehr, sehr schwierig, das Spiel zu drehen. Und im Endeffekt ist es halt leider immer nur ein Spiel. Und dieses Spiel gegen einen der Favoriten des Turniers, Marcus Expect Sporting Jörgensen, konnte Benedikt nicht für sich entscheiden. Der Traum vom Halbfinale findet hier für seinen Verein ein jähes Ende. Die Enttäuschung bei Benedikt ist groß. Er ist auf dem Weg aus der PlayStation Division One, der drittplatzierte Salzor. Und mit ihm sprechen wir jetzt. Salzor, lass uns über dein letztes Spiel sprechen, bei dem wir dir gerade zugesehen haben. Es war eine Niederlage für dich. Ist das ein frustrierender Moment? Ja, sicher. Jetzt kann ich nicht ins Halbfinale einziehen und ich bin ein wenig enttäuscht. Aber mein Gegner hat gut gespielt. In einer Situation hatte ich ein wenig Pech, da ist der Ball vom Pfosten aus zurückgeprallt und Ronaldo hat den Abpraller aus zwei bis drei Meter Entfernung nicht getroffen. Aber das ist FIFA und ich wünsche den anderen Spielern viel Glück im Halbfinale. Sehr nett von dir. Werfen wir einen Blick auf die Highlights aus dem Spiel. Spencer wird es mit dir analysieren. An dieser Stelle im Spiel geschahen ein paar Fehler, die dann auch zu Gegentoren führten. Jetzt hattest du ein wenig Zeit, um zu rekapitulieren. Was ist dort passiert? Ich glaube, dass das Tackling mit Pogba das Problem war. Danach hatte mein Gegner zu viel Platz und konnte den Ball zu Messi spielen. Ein Fernschuss im 16-Meter-Raum von Messi ist dann meistens ein Tor. Ich verstehe natürlich, dass du gerade enttäuscht bist, aber wie ist deine Einschätzung zur vergangenen FIFA 17-Saison für den VfL Wolfsburg? Es ist fantastisch. FIFA wächst so schnell mit so tollen Veranstaltungen und Turnieren wie diesem hier. Für mich ist es eine große Ehre, Wolfsburg hier zu repräsentieren. Teil von dieser Entwicklung zu sein. Ich freue mich wirklich auf die Zukunft und ich hoffe, dass es immer größer und größer wird. Benny hat das entscheidende Spiel verloren. Nur die beiden Erstplatzierten dürfen ins Halbfinale einziehen. AFC Ajax Dani, Benedikts nächster Gegner, ist schon sicher im Halbfinale. Doch auch wenn Benny nicht mehr in die Top 2 kommen kann, freut er sich auf ein gutes Spiel. Ja, das letzte Spiel haben wir beide, glaube ich, ein Stück weit nur so ein bisschen als Trainingsmatch noch benutzt. Ich war ja eh, beziehungsweise ich hatte ja leider keine Chance mehr gehabt, in die Top 2 zu kommen und er war schon sicher durch. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Er musste am Ende selber sogar lachen, dass ich die eine oder andere Situation von mir nicht in der einen oder anderen Situation das Tor geschossen habe. Es war ausgeglichen, er hat aber 2-1 im Endeffekt gewonnen. Vielleicht ein bisschen Unvermögen von meiner Seite bei der einen oder anderen Situation. Vielleicht auch wieder ein bisschen Pech gehabt, aber wie gesagt, es gehört dazu. Die Endrunde steht an. Und nach spannenden Matches gewinnt tatsächlich Markus Expect Sporting Jörgensen, der Benedikt aus dem Turnier geworfen hat. Er holt den Titel nach Dänemark und hat jetzt 10.000 Euro mehr auf dem Konto. Ich bin auch der Meinung, dass ich schon seit so langer Zeit so konstant auf guten Level spiele. Immer eigentlich bei allen Turnieren dabei bin. Ich bin ja schon ein paar Mal Deutscher Meister geworden. International hat es leider bisher noch zu keinem großen Titel gereicht. Aber vielleicht kommt es in der Zukunft. Ich fühle mich auch eigentlich immer fit. Ich kann jeden schlagen an einem guten Tag. Heute lief es jetzt leider in den einen oder anderen Spielen nicht ganz so gut. Aber nichtsdestotrotz, ich gucke auf jeden Fall positiv in die Zukunft und freue mich auch schon auf FIFA 18. Zurück in Gernsheim. Benedikt Salzer geht auch nach dieser Niederlage weiter seinen Weg und wird dem E-Sports treu bleiben. Vielleicht wird er sogar einer der ersten E-Sports-Lehrer Deutschlands. Ja, im Prinzip schon. Also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann mal ein E-Sport-Lehrer zu sein, dadurch, dass ich ja auch auf Lehramt studiere. Und ich definitiv irgendwann mal solche Räume wieder sehen werde. Natürlich dann aus der anderen Perspektive könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, im Thema E-Sport irgendwie was anderen Leuten beizubringen. Mittlerweile bin ich ja jetzt schon eine Art kleiner Botschafter. Ich gebe den Leuten ja meinen Leben preis, mein Wissensstand ein Stück weit preis und spreche auch sehr, sehr gerne mit sehr vielen Leuten über das Thema E-Sport, weil ich halt einfach will, dass der E-Sport immer größer wird. Und zukunftstechnisch weiß man nie. Sag niemals nie. Ich könnte es mir definitiv vorstellen. Bin aber sehr gespannt, ob das irgendwann mal wirklich in Kraft treten wird. Benedikt studiert Sport und Physik auf Lehramt und wird voraussichtlich in zwei Jahren fertig sein. E-Sports bleibt seine Passion und er will weitere Erfolge für seinen Verein erreichen. London, New York, Deutsche Meisterschaft. Der 25-Jährige bekommt den Spagat zwischen Profi-E-Sport, semiprofessionellem Fußball und seinem Studium sehr gut hin. In der nächsten Folge Inside E-Sports Spezial begleiten wir Benedikts Teammitglied beim VfL Wolfsburg. Timo Timox Sieb. Er will den Weltmeistertitel nach Deutschland holen. Unbedingt. Timox hat sich wochenlang auf das Turnier vorbereitet. In London war es so, dass ich schon sonntags angereist bin und das Turnier erst mittwochs losging. Bei so großen Turnieren wird der Turnierbaum immer erst kurz vorher gemacht. Deswegen kann man sich da nicht so groß vorbereiten auf die speziellen Gegner. Aber ich war so einen Monat vorher im Urlaub und selbst im Urlaub ist das Abschalten halt extrem schwer. Ich habe dann da im Pool immer meine Spiele nochmal angeguckt in Berlin und so. Und da habe ich dann geguckt, wie ich gespielt habe, was ich noch ein bisschen verändern kann. Ich habe mich dann selber manchmal aufgeregt, so ey, warum habe ich nicht da nochmal quer gespielt und sowas. Und das hilft mir einfach extrem, mein eigenes Spiel nochmal anzugucken. Wird Timox den Titel im Grand Final der Weltmeisterschaft im Game FIFA 17 nach Hause holen können? Wird Timox den Titel im Grand Final der Weltmeisterschaft im Game FIFA 17 nach Hause holen können?